Mein erster und wichtigster Aspekt war, dass ich eine Lösung für mich bezahlbar finde. Die Preise gestalten sich derzeit in Höhen, die einfach für viele Menschen nicht mehr möglich sind. Aber ein gesundes und saniertes Gebiss, das wünscht sich ja wohl jeder. Das ist ja so das Aushängeschild jedes Menschen.